Musik Klaus-Ulrich Werner, ich bin seit 30 Jahren schon an der Freien Universität, ich bin Bibliothekar hier, ich habe Germanistik und Geschichte studiert, dann eine Dissertation in der Literaturwissenschaft geschrieben und danach eine Bibliotheksausbildung gemacht. Nicht zum Guten, ich bin ganz ehrlich, natürlich haben wir alle unglaublich viel dazugelernt, die Kolleginnen und Kollegen, wir haben digitale Services verbessert, wir haben uns sehr schnell auf diese Situation in der Pandemie eingestellt und haben neue Dinge entwickelt, wir haben gelernt mit verschiedenen Konferenzprogrammen umzugehen, um digitale Konferenzen zu machen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, es ist grässlich. Es ist grässlich für uns als Team, es ist für die Studierenden, für die Wissenschaftler schrecklich, keine vollwertige Bibliothek zu haben und ich selber, wenn ich ehrlich bin, Homeoffice ist nicht mein Ding. Ja, Höhepunkt, natürlich war der Höhepunkt die Eröffnung dieser Bibliothek im September 2005. Das ist einfach als Ereignis auch für mich in den Jahren nicht zu tocken. Ergernisse, ja, über viele Jahre das größte Ergernis, wir waren nicht dicht. Es hat reingeregnet ins Gebäude, darunter haben alle gelitten und es war auch ein Imageschaden, das war nicht schön. Größter Erfolg mit Sicherheit, dass es gelungen ist, mit der Bildung eines sehr, sehr guten Bibliotheksteams aus dieser philologischen Bibliothek eine Erfolgsgeschichte zu machen. Eine Bibliothek, die als Projekt auch Referenz geworden ist für andere Bibliotheksprojekte. Das ist für mich persönlich der größte Erfolg. Ja, mein Lieblingsort in der Bibliothek, jetzt sind wir ja nicht drin, pandemiebedingt machen wir das hier draußen. Mein Lieblingsort in der Bibliothek ist in der obersten Etage, weil es da einfach ein unglaubliches Raumgefühl gibt. Das ist ein großes Erlebnis in dieser Baukunst zu sein und das ist in der obersten Ebene, Ebene 3, einfach am schönsten. Das ist auch für viele Nutzer am schönsten. Das war mit Sicherheit eine Besuchergruppe und zwar eine Gruppe von politischen Funktionären aus Nordkorea. Das war sehr skurril. In den wissenschaftlichen Bibliotheken würde ich mir eigentlich erhoffen, dass sie stärker Ort für anregenden Austausch werden, und zwar unter Menschen. Natürlich mit dem, was erforscht wird, mit Büchern, mit den wissenschaftlichen Projekten. Dieser Austausch, das machen wir dauernd, aber das würde ich mir wünschen, den Ort Bibliothek wieder stärker zu entwickeln zum Austausch der Menschen untereinander. Da, glaube ich, sind die Potenziale noch nicht ausgeschöpft für Bibliotheken. Und das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass wissenschaftliche Bibliotheken Orte bleiben für das entschleunigte Lesen, trotz allem Digitalen, was eine großartige Sache ist und eine große Zukunft in den Bibliotheken bringen wird. Aber das entschleunigte Lesen, das gedruckte Lesen, das sollte bleiben. Für die schnelle Recherche immer das Digitale, immer das E-Book. Aber ansonsten ist das gedruckte Buch einfach unschlagbar. Fahrradfahren, aber nicht im Winter und nicht bei Regen. Für die Kunst gehe ich überall hin, lesen kann ich selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017